Ein hochintelligenter Gebrauchshund, der Appenzeller Sennenhund. Vom Aussehen her ist der Sennenhund muskulös, aber trotzdem sehr beweglich. Die Widerestür beträgt zwischen 50 und 58 cm, bei einem Gewicht von ca. 25 bis 32 kg. Er hat kurzes, stockhaariges Fell mit dichter Unterwolle. Die Fellfarbe ist schwarz mit weißen und braunroten Abzeichen. Vom Charakter her ist er temperamentvoll und immer auf Zack. Alles in allem ist er ein hochintelligenter Gebrauchshund, der zwingend eine geistige und körperliche Beschäftigung braucht. Er ist der ideale Hund für sportliche Menschen, die sich intensiv mit ihm beschäftigen können. Wie beinahe jeder Rasse ist auch der Appenzeller Sennenhund anfällig für rassenspezifische Krankheiten, wie z.B. Hüftgelenksdysplasie, Ellbogendysplasie, Augenkrankheiten, Herzkrankheiten sowie Probleme mit der Haut.